Der Overall ist zurück und er hat den Clam der späten 70er Jahre auch gleich mitgebracht. Mit einem Klassiker in Navy liegt man immer richtig. Dieser kann ganz pur sogar problemlos im Office getragen werden. Die Lurex-Variante in einem schönen Bordeaux-Rot bekommt noch mehr Kraft, wenn man sie zu einem korallfarbigen Mantel kombiniert. Ein Layering funktioniert auch beim Einteiler. Hat das Modell keine Ärmel, tragen wir einfach einen tollen Pullover darunter.